Windräder nutzen die Energie des Windes und wandeln diese in Strom um. Dabei nutzen sie das physikalische Prinzip der Auftriebskraft. Damit diese funktioniert, muss das Rotorblatt gewölbt sein. Die Luft, die das Rotorblatt umströmt, hat auf der bauchigen Oberseite einen längeren Weg und muss schneller fließen als auf der hohlen Unterseite. Dadurch herrscht unter dem Flügel ein höherer Druck als über dem Flügel. Dieser Druckunterschied führt zu der Auftriebskraft, die senkrecht von der bauchigen Seite des Rotorblattes wegwirkt. Diese treibt das Blatt an und versetzt den Rotor in Drehung. Diese Drehenergie wird dann über einen Generator letztendlich in Strom umgewandelt.